Am 25. Oktober ist es wieder soweit. Stadtwerke aus ganz Deutschland treffen sich bei ASEF im Dialog in Frankfurt-Oberhörsel. Schon im ersten Quartal zeichnete sich ab, dass 2022 ein mehr als spannendes Jahr für die Energiewirtschaft sein wird. Wir sprechen über Herausforderungen und Chancen in der Stadtwerkewelt. Freuen Sie sich auf ein dichtes Programm aus Workshops zu aktuellen Themen, praxisnahen Arbeitskreisen und Netzwerken in entspannter Atmosphäre. Es erwarten Sie zudem Aussteller mit interessanten Leistungen für Ihr Stadtwerk, sowie einen Keynote-Vortrag zur künstlichen Intelligenz von Politik- und Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Andreas Wagner. Natürlich darf auch das Abendprogramm nicht fehlen, welches direkt im Rilano Hotel Frankfurt-Oberhörsel stattfindet. Mit dem Stichwort ASEF können Sie dort bereits jetzt Ihr Zimmer reservieren. Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihre Teilnahme an ASEF im Dialog 2022. Bei Fragen kontaktieren Sie mich gerne jederzeit. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.